Hallo liebe Freunde des gepflegten Verkaufs, heute wieder ein Video von Unterwegs. Unterwegs heißt genauer gesagt direkt bei mir vor der Haustür, da wohnen, wo andere Urlaub machen, hier vom Strand. Und was habe ich als Verkaufstrainer heute hier entdeckt? Hier fahren Leute rum mit, da hinten sieht man es vielleicht mal ganz genau hinschaut, mit einer Banane. Also nicht mit einem Boot, mit einer Banane. Vorne weg fährt ein Motorboot, hinten dran eine Banane, lauter Leute sitzen da drauf. Und frage ich mich natürlich als Verkäufer, wie kriegst du so ein Produkt verkauft? Wie kriegt man Leute dazu, sich auf so eine Banane zu setzen? Mit Nutzenargumentation, Produktvorführung, Bedarfsanalyse oder wie geht das? Warum fahren die Leute mit so einer Banane aus Spaß? Leute kaufen Produkte und Dienstleistungen also auch aus Spaß. Also die Frage an dich als Verkäufer, was ist der Spaß an deinem Produkt in diesem Sinne?